Luca Henni, sie hat mich verlassen, entsetzen wegen Ehefrau Christina. Luca und Christina Henni sind eigentlich unzertrennlich. Doch nach einer schlaflosen Nacht zieht die werdende Mama die Konsequenz. Luca Henni, Ehefrau Christina hatte eine schlaflose Nacht. Eigentlich schweben Sänger Luca Henni, 29, und Tänzerin Christina Henni, 33, im absoluten Liebeshimmel. Schließlich erwarten die beiden ihr erstes gemeinsames Kind und freuen sich schon riesig auf ihre neue Rolle als Eltern. Darum wird Christina Henni auch in der kommenden Let's Dance-Staffel, die bereits im Vorfeld für allerlei Trubel sorgt, nicht mit dabei sein. Doch eine schlaflose Nacht hatte ungeahnte Konsequenzen. Auf Instagram teilt die werdende Mama während einer Autofahrt beunruhigende Worte, Ich sehe schrecklich aus, wie ich finde, und das aus einem ganz besonderen Grund, ich hab nämlich gar nicht geschlafen, heute, wegen Luca Henni, sie hat mich verlassen, das Ehepaar ist eigentlich nie räumlich getrennt. Und da schaltet sich auch schon ihr Liebster vom Fahrersitz aus ein, das stimmt doch jetzt gar nicht. Ja, das muss man doch gar nicht so erzählen. Doch das sieht Ehefrau Christina anders. Sie erzählt, dass sie nicht wisse, was los sei. Offensichtlich habe sich ihr Mann erkältet oder sei kurz davor und würde ganz furchtbar schnarchen. So schlimm sei es noch nie gewesen. So sehr, dass sie die Flucht aus dem ehelichen Bett ergriffen habe und kurzerhand aufs Sofa umgezogen sei. Zum allerersten Mal, schließlich sind die beiden sonst nie räumlich voneinander getrennt. Sie kommentiert das Ganze mit den Worten Vorgeschmack auf den Schlafmangel, in Anspielung auf das Baby, das die beiden erwarten. Ihre nächtliche Fluchtaktion kommentiert Luca Henni ironisch, aber dennoch etwas geknickt. Sie hat mich verlassen. Aber der Haussegen hängt bei den beiden nicht wirklich schief, denn sie haben bereits wenige Stunden später die ersten Möbel fürs Kinderzimmer gekauft. Punkt nächstes Let's Dance Baby unterwegs, Christina und Luca Henni werden erstmals Eltern. Christina, 33, und Luca Henni, 29, verzückten ihre Fans kurz vor Weihnachten mit einer besonders süßen Nachricht. Nach ihrer Traumhochzeit im Spätsommer werden die beiden nun zum ersten Mal Eltern. Das Geschlecht ist noch nicht bekannt, Christinas Schwangerschaft scheint aber schon etwas fortgeschritten zu sein, wie erste Fotos der Tänzerin mit ihrem Babybauch erahnen lassen. Mehrere Let's Dance Stars sind freuter Erwartung. Damit ist Christina nun die nächste Let's Dance Beauty, die ein Baby erwartet. Isabelle Edwardson, 41, und Renata Lusin, 36, sind ebenfalls gerade in freudiger Erwartungen. Auch hier Jenny Vino-Kurov, 32, wird wieder Vater. Zudem hat Angie Siebes, 36, Ehefrau Viktoria gerade erst einen gesunden Jungen auf die Welt gebracht. Es boomt also ganz schön an Babys und darüber können die Let's Dance Stars nur noch schmunzeln. Luca und Christina bekommen nach der Verkündung der Schwangerschaft natürlich zahlreiche Glückwünsche, auch von Angie Siebes. Der Tänzer kann sich eine kleine Spitze jedoch nicht verkneifen, es ist offiziell. Herzlichen Glückwunsch! War ja klar, dass ihr noch nachziehen werdet. Die Stimmung bei den letzten Stars scheint ausgelassen wie eh und je zu sein. Wir wünschen allen Schwangeren weiterhin eine schöne und unkomplizierte Schwangerschaft. Die Stimmung bei den letzten Stars scheint ausgelassen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Stimmung bei den letzten Stars scheint ausgelassen. Die Stimmung bei den letzten Stars scheint ausgelassen. Die Stimmung bei den letzten Stars scheint ausgelassen. Die Stimmung bei den letzten Stars Untertitelung des ZDF, 2020